Oh, jetzt reicht's mir aber. Meine Güte. Ach, wie war denn das? Das muss ich doch wirklich gucken. Ähm, Scusi. Wir haben doch diesen Eintrag. Notizbuch mit fehlender Seite. Gottesstatue, ja. Das kennen wir. Göttinnen. Ist das die Göttinnenstatue? Nee, es ist der Löwe. Entschuldigung. Löwe. Löwe. Okay, ähm, Löwe. Ja, das fehlt mir jetzt leider. Das Ding, das ist es nicht. Da haben wir ein Medallion. Ach, Mann. Du bist ja immer noch am Leben. Los, lad nach. Mein Gott, bis du nachgeladen hast. Oh. Widerlich. So, wir gucken mal. Ist es immer noch was? Okay, hier ist ein Kraut. Oh, hier ist ein Safe. Äh, und ich kenne gerade die Kombi nicht. Was ist das hier? Stadtbroschüre. Ähm, Umbrella, Polizeistation, Waisenhaus, etc. pp. Das kennen wir ja alle schon. Das ist in Ordnung. So, wir machen. Ja. Wer macht das wohl? Also, alles klar. Machen wir mal das jetzt hier. Benutzen wir mal. Okay, die ist so in Ordnung. Ein Safe, den müssen wir knacken. Mann, Mann, Mann. Komm, nachladen. Gerade bei der Knarre. Es ist ja auch so, dass, ähm, die Rätsel sich bei jedem Start verändern. Laut meiner Info. Aber ich komme mal nicht rein. Das heißt, wir können leider nicht immer auf dieselben Rätsel zurückgreifen. Sondern müssen wieder rausfinden, wie es geht. Okay, hier ist keine Dings. Das wundert mich jetzt allerdings doch. Das war aber im anderen Teil. Also, mit Leo und die Geschichte war es definitiv hier. Retter. Die die Welt bedeuten. Okay, was haben wir hier dann? Munition. Sehr gut. Nehmen wir euch gerne mit. Hier ist nix. Hier ist ein Kraut. Lassen wir ihn erst mal liegen. Oh, shit. Das war ein Licker. Oh, Mann. Kacke, ey. Ganz ehrlich. Ich krieg schon wieder Fracksausen. Aha. Okay. Äh. Wir müssen leise sein. Wir könnten dann die Licker eventuell überlisten, weil die hören nur, sehen gar nix, hören aber verdammt gut. Ja, da oben ist er nämlich. Und ich habe noch eigentlich nix, um den wegzupusten. Oder? Munition für den Granatwerfer. Ja. Das heißt, wir versuchen uns jetzt mal unten drunter durchzuwurschteln. Verbarrikadieren aber erstmal das Ding hier. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ja, schon ist er in Alarmbereitschaft. Nicht bewegen. Lass den krabbeln. Verbarrikadieren aber auch nicht. Shit. Warte, ich muss jetzt gucken, wo ich bin. Da ist eine Tür. Da ist verrammelt. Scheiß, Licker hinter mir her. Vieh immer noch hier ran. Ruhig bleiben ist angesagt. Schön ruhig bleiben. Scheiß Viecher. Jetzt haben wir hier einen Ereignisbericht. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizei schon eine Schutzunterkunft. Das kennen wir ja eigentlich alles schon. Ja, das ist der selbe Text wie beim ersten Durchlauf. Ich denke, das braucht man nicht nochmal durchsehen. Uns geht es ja wirklich darum, Karte der Polizeistation, ähm, die Unterschiede zu sehen. Ja, da können wir auch lang. Verkehrte Dings. Ja, Karte. Schließfächerraum. Ah, ich glaube, da... Da sollten wir als erstes rein. Vielleicht kriegen wir da die neuen Waffen. Bolzenschneider. Sehr gut. Haben wir. Kein Problem. Klack. Was ist das? Elektronikgerät. Das ist bestimmt wichtig. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Äh... Aktenraum ist rechts von uns. Geradeaus geht es da lang. Okay. Und da kommen wir immer noch nicht rein. Da brauchen wir den Herzschlüssel. Den haben wir noch nicht. Also können wir nur da lang. Äh, da ist noch eine Granate irgendwo. Zwei Granaten. Immer gut. So, dahinter ist doch schon wieder irgendwas. Ich will in den Schließfächerraum. Der ist... Ach, der Typ. Ho, 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 ho. Ist der hinne? Ja, der ist hinne. Gut. Hat aber nichts. Alles schön verbarrikadiert. Äh. Okay. Haben wir denn gerade die Beine weggeschossen? Das ist ja auch hart. Ähm. Da geht's lang. Ah, sehr gut. Munition. Ja, warte mal, bevor wir weitergehen. Nachladen. So, dann haben wir hier das Westbüro. Mal, da will ich nicht rein. Ich will hier rein. In die Kammer. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir hier das... ...gelöst. Okay. Ähm. Vielleicht müssen wir das dann mitmachen. Ah, Zünder ohne Bad. Achso, das ist das Zünder-Dingsbums. Ha, ha, ha. Sehr interessant. Okay. Weapons Unlocker. Ich will... Ja, da ist die Knarre. Da will ich ran. Mach mal auf das Ding. Okay. Was haben wir denn hier? Terminal Ersatztasten. Ja. Das ist das mit den Tasten. Okay. Kein Problem. Wir können aber den Rest schon aufmachen. 101 und etc. PP. 101. Nein. 101. Okay. 102 geht nicht. Oh. Na, komm. Oh. Der hat bestimmt die Karte bei sich. Na, komm rein. Schieß dir einmal in die... Nein. Lebt immer noch? Der hat leider nix dabei. Das ist ja doof. Warte mal. 103. Warum macht er die nicht auf? 106. 106. Ich brauch die Karte. 208. 203. Der lebt ja immer noch. Er hat aber nix dabei. Okay. 203 geht nicht. Ähm. 10. Geht auch nicht. 103 geht nicht. 104 nicht. 105. Warum? Warum? Wie war denn das? Da ist was. Da ist ein Kampfmesser. Da würde ich ja gerne mal ran hier an das ganze Zeug. Aber. kommen wir noch nicht. Okay. Folgendes. Erstmal nachladen. Dann gehen wir jetzt ins Westbüro. Es ist nämlich alles voll. Da will ich rein. Büro Westseite. Da gehen wir jetzt rein. Schließfachterminal. Ja. Waffenschrank. Schließfachterminal. Ja. Alles schön und gut. Gucken wir nochmal ganz kurz. Komm. Das ist nämlich der Granatwerker, wie es aussieht. So. Sind wir hier? Jetzt gehen wir ins Westbüro. Ne. Verkehrte Seite. Da lang. Ach. Hier ist das Büro mit dem. Mit dem. Schrank. Mit dem. Mit der. Dingsbums mit dem. Den Dion knacken sollte. Äh. Du scheinst auch tot zu sein. Erstmal zumindest. Schießpulvernutzung. Ja. Jetzt haben wir Schießpulver. Säuregranaten. Et cetera. PP. Das kennen wir ja schon. Das ist nicht so das Problem. Das haben wir hier. Noch eine Granate in den Taskfoil. Ja. Das war klar. Dass du aufstehst. Ja. Und. Gibt ein Headshot. Jetzt haben wir nämlich auch Platz für dich. Vornamen. Ah. Okay. Alles klar. Das kennen wir. Okay. Das war. Die Initialen ist Vornamen. M. M. R. M. R. M. R. Kann das sein? M. Okay. Das ist es nicht. Die. Da ist noch was. Einsatzbericht. Das kennen wir. Okay, E D, E, D E, D, irgendwas E, E, D Oder D, E, was? Ich weiß es gerade gar nicht Oh Mann, ne Okay, da ist keins Dann ist es hier D, E, E, D Auch nicht N, okay Ah, Schnelllader Sehr geil Inventar ist voll, nein No, 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 no Schlecht Schlecht, 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 schlecht Äh, ba, 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 ba Säugegranaten will ich nicht unbedingt wegballern Äh, komm Jetzt das Zack Und jetzt können wir den Na Na, warum geht denn das nicht? Muss ich das jetzt ernsthaft auswechseln? Das ist doch doof Da ist Kraut Gucken wir mal, ob wir da irgendwas finden Wahrscheinlich nicht Scheiß Kombi hier Ich weiß es nicht, wie das war Wir haben glaube ich auch nicht die Info für den Kombi Schieß Erster Einsatz Schießfachnotiz Nein Haben wir noch nicht Wo sind wir hier? Westseite Da ist der Empfang Da sind wir zurück in der Eingangshalle Okay Na wo denn? Ah, verdammt Irgendwo hat sich doch was bewegt Ah Freund, Beinschuss Ih, mit der Hand Irgendwas dabei? Nein Hast du leider nicht Okay Weiter geht's Hier sind wir durch Erst einmal An den Tresor kommen wir nicht Was bleibt uns denn noch zu tun? Wir könnten wieder zurückgehen Oder hier versuchen da lang zu kommen Was da? Okay Wir gehen mal hier lang Aha Oh, was für eine Ausdrucksweise Schädelspalter Komm, lad mal nach Noch einer Wahrscheinlich Rom Irgendwo Oh, oh Ja Na komm Dann lad mal nach Besser ist das So, jetzt aber Hier rennen Eiwirkung von Kräutern Ja, das ist ja schön Das kennen wir alles Da brauchen wir nicht lange drüber reden Munition Sehr geil Äh, Schießpulver Pistolenmunition Sehr schön Okay, wie weit sind wir denn? Ähm Können wir safen Das ist gut So, Momento Ähm, die ist Warte Warte Momento Warum ging denn das jetzt nicht? Okay Das Kombinieren mit dem hier Warum geht das nicht? Schnelllader SLS Für die SL60 Verhänger hat die Nachladezeit enorm Okay, dann ist das die hier Okay, zack Verstauen So, gleich mal kombinieren Mein Gott Kompliziert hier alles Okay 25 Patronis Ja, was haben wir noch? Ähm, lass mal überlegen Blendgranaten Weg Brauche ich erstmal nicht Bolzenschneider Brauche ich auch nicht Säuregranaten Brauche ich auch nicht Zinder ohne Batterie Ist ja alles schön und gut Okay Alles klar Film ist Beweismaterial Nicht liegen lassen Okay Haut Ähm, was haben wir denn da? Wir haben keinen Wir haben noch keinen So Verstauen brauchen wir nicht Erste Hilfe Spray Brauchen wir auch nicht Was wir mal machen werden ist Herausnehmen Wir werden mal ein bisschen was kombinieren Zack Ja, kombinieren ist ja gut Ich kenn's doch Ich weiß doch, wie's geht Edge So, zum Heilen Man weiß ja nie Was ist das jetzt? 9mm Parabelumpatronen Für Pistolen Okay Großprogramm ACP Okay Okay, sind wir hier Jetzt müssen wir überlegen Ich denke mal Hochgehen wäre vielleicht gar nicht so eine Schlechte Idee Picktür, da kommen wir noch nicht durch Dann gehen wir nach oben Wo hier eine Menge liegt Dann nochmal wegbringen So Wir werden's später brauchen Wie wir ja mittlerweile wissen So Gleich mal verstauen Dann geht's los Mal gucken, wie die Waffe ist 2F Okay 2F Okay Dann geht's zur Löwenstatue Hallo Scheiße Nehmt ja noch Kräuter Okay Sammeln wir rein Ähm Ja, leichter Glitchfehler Okay Ah Verstehe Das war doch das hier mit dem Mit der Kurbel Dann ist Klärchen Das ist mit den Kombis Ach Gott Wie verdammte Kacke Juhu Das geht schnell Okay Irgendwo schleicht noch was rum Ich hasse das Ne Diese Jumpscares Das ist so ätzend Oh Brandgranaten Jawohl Ja Nix Anlage Tragbar Tresor Drücken Sie den Knopf Um die Lampe auszuschalten Okay Ja, ja Das kennen wir auch Kästchen Mhm Das ist dieser Tresor Juwelen Ah Guck mal Ja Ja Mhm Da Dafür ist dieses Juwel Was wir im ersten Durchgang gefunden haben Wo Wo ich nie wusste Wie man es benutzt Interessant Das ist ja mal geil Ja oder auch nicht Das sieht hier nicht gut aus Ich weiß Ich weiß leider nicht die Kombination Für dieses Scheißding Da oben Da hockt einer Der wird uns mit Sicherheit gleich besuchen Ja War klar Dass er sich bewegt Ach Das ist der Scheiß Jumpscares Ich hasse es Ganz ehrlich Ich hasse es Ja Was ist das? Schießpulver Okay Schießpulver Und nix Man die normalen Zombies Mit denen kommen wir ja locker klar Aber wenn es dann um die Licker oder so geht Haben wir ein Problem Wandgranaten Wo sind wir denn hier? Da geht es da hin Dann geht es da rum Irgendwas ist hier am Röcheln Stars Okay Das ist das Stars Büro Schauen mal Hier ist was Hochwertige Schießpulver First Aid Es ist voll Shit Alles klar Machen wir Platz Säuregranaten Nochmal Granaten Bei mir soll es recht sein Blendgranate Kann ich nicht mitnehmen Arrrr Und da komme ich nicht rein Leer uns Mitteilung Ich hoffe du findest das Hier ist ein Rimmel Und dein Bruder ist nicht hier Verschwinde einfach so schnell du kannst Okay Nein Wir verschwinden natürlich nicht Da bin ich ran Okay Konto Dongen USB Okay Ja Wir brauchen Ein USB Dings Den wir noch nicht haben Den ich im ersten Teil auch nie gefunden habe Also im ersten Durchlauf Schon erstaunlich Was hier ist Batterie Sehr gut Zünder Damit haben wir den Zünder schon mal Hervorragend 9,15,7 Hitzebeständige Tresur Mit 3-Zahnschluss Vom Stars Büro In Büro Westseite Verlegt Alles klar Da wollen wir als nächstes hin Büro Westseite Halt Verkehrt Das ist da Immer verkehrte Knöpfe Wir sind jetzt hier Da kommen wir nicht ran Da ist die MQ Schieß mich tot Die ich so gerne hätte Die wir mit Sicherheit auch brauchen werden Ähm Wir gucken mal Einfach wie wir jetzt weiterkommen Muss jetzt ein paar Sachen hier zurücklassen Den Zünder haben wir ja schon Oh Scheiße Das gibt's doch nicht ey Dieser Typ jetzt schon da Der kommt nach ey Das gibt's nicht Nicht jetzt schon Nee wir gehen hoch Stolen Munition Nehmen wir mit Oh ne Schlüssel Kann ich nicht mitnehmen Ich werd wahnsinnig Ich muss weg Ich konnte den Schlüssel nicht mitnehmen Ich werd wahnsinnig Boah verdammt Anonyme Notizen Muss ich nur noch zünden Das war's dann Ja Okay Können wir ja machen Ja okay Verdammt nee Ich bin nicht